Hallo Freunde, heute wollte ich ganz gerne nochmal über die Bluetti reden und über die Werte. Also wir haben jetzt fast 19 Uhr abends und da kommt noch ein Ertrag von 165 Watt die Stunde rein. Unglaublich. Das Warmwasser ist geheizt worden. Es ist irgendwo bei 65 Grad oder sowas. Wasserkocher läuft damit, Maschine ist heute damit gelaufen, Waschmaschine und trotz dessen ist dann noch so viel Energie über. Und zwischendurch war sie auch aus, weil 100 Prozent, quasi nicht 77 Prozent, sondern 100 Prozent die Batterien gefüllt waren. Und ja, dann schaltet das Ganze ab und kommt kein Strom rein. Also es ist unfassbar, unfassbar. So viel Energie wie man da erwirtschaften kann, das ist schon fantastisch. Aber eigentlich wollte ich euch nur zeigen, also heute ist der 26.05.23, wir sehen 18.45 Uhr und wie viel Strom da wirklich noch erzeugt wird aus vier Modulen a 375 Watt. Also ist es in meinen Augen fantastisch. Kurzes Video heute. Ja, einfach mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel man quasi mit so einer Bluetti erwirtschaften kann am Tag. Wie gesagt, ich habe hier nur zwei Batterien. A 3 Kilowatt. Vielleicht lege ich mir irgendwann auch noch eine dritte zu, das weiß ich noch nicht. 9 Kilowatt wäre schon ein bisschen besser. Aber erstmal bleibt es so. Ja, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, bis dahin. Danke für eure Abos und Schleichsfreunde.